Na, fühlt sich wieder in meine Melone eingeladen. Guten Appetit! Na, bediene dich ruhig. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich mit esse. Halt dich schön fest. Ja, das ist in meinem Mund verschwunden. Guck mal, was ich für große Stücke machen kann. Dafür kannst du tiefe Löcher machen. Mäp, mäp, mäp. Bist du fertig hier? Willst du auch ein dickes Stück? Den schenke ich dir. Warte. Oh, guck, hier ist es. Gut. Gut. Tschüss. Gut. 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 Gut.